Marvin Seidel und Marc Lams-Hus. Ich habe heute mit dir gesprochen. Du warst ein bisschen entschuldigt nach dem ersten Spiel. Wie fühlst du jetzt? Wir sind jetzt wirklich glücklich. Es ist eine gute Leistung für uns. Ich denke, das ganze Team ist glücklich, die Bronze-Metal zu haben. Wir freuen uns auf morgen, definitiv. Was war die Strategie heute? Warum warst du so ein starkes Englisch-Pair, Chris Langridge und Marcus Ellis? Wir sagen nicht, wir spielen nur unser Spiel. Ich würde sagen. Wir waren von Anfang bis Ende. Wir haben den Fokus hoch gehalten. Es war ein fantastisches Spiel. Wir sind so glücklich, dass wir diesen Spiel gewonnen haben. Würdest du das heute erwartet? Besonders nach dem ersten Spiel? Ich denke, wir würden es nicht erwartet, aber wir wussten, dass es möglich war. Wir sind jetzt sehr glücklich, dass es so geht. Jetzt geht es um morgen zu spielen, in der Semifinal. Wie ambitioniert bist du? Was sind deine Gäste? Ja, natürlich. Wir lieben die Finale. Kai hat heute ein sehr guter Spiel gespielt. Morgen ist ein neues Spiel. Russland wieder. Der letzte Mal 5-0 für Russland. Aber morgen ist ein neues Tag. Wir werden immer weiter kämpfen. Und heute haben wir auch ein bisschen zu feiern? Heute machen wir etwas? Oder schau? Das Tournament ist nicht vorbei, also wir können noch nicht zu feiern. Wir wollen morgen eine Finale erreichen. Also keine zu feiern, nur schau, schau und sich bereit für morgen. Amen. Das war's.